So, ähm... Hätten wir die Kortisan-Mission auch geschafft? Weiß nicht, haben wir jetzt 4 oder 5 Kortisan-Missionen geschafft? Das weiß ich nicht. Äh, reparieren kann man mal. Ach. So, Wurfmesser rüsten wir auf, äh, nicht rüsten wir auf, sondern füllen wir auf. Rauchbäumen genauso. An Armbrustbolzen haben wir ganz wenige nur noch. Bitte kommt wieder! So, wo sind wir denn jetzt hier? Das bedeutet eigentlich, wir machen noch eine. Oder nicht wir müssen, sondern wir machen noch eine. Okay. Meine Güte, Julieta, diese, diese Kortisan regt mich auch ein bisschen auf, ne? Ja. Aber Gott sei Dank ist er, jetzt soll sie jetzt endlich weg sein. Geht er echt nicht an, dass er hier irgendwelche Geheimnisse ausplaudert? Vor allem einer in Spanien, der noch mit dem Borján, ähm, ja, äh, positiv gestimmt ist dem Borján gegenüber. Und das ist ja, grenzt hier schon an Hochfahrrad, würde ich mal so fast behaupten. Und dann sind wir auch schon wieder fast da. Äh, 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 äh. Nicht den Doktor töten. Das könnte schwierig werden. Aber ich hab, ähm, eine Idee. Und zwar nennt sich diese Idee Rauchbombe. Wenn man schnell unter Druck ist und schnell handeln muss, ja, dann, äh, wird man immer rumgeschubst. Das ist immer so. Das ist egal. Immer, immer, wenn man die Welt retten will, ne? Wird man rumgeschubst. Egal, was man macht. Schon wieder hier. Schon wieder. Sondern so sind wir ja auch gleich da. Oder auch nicht. Oh, und jetzt schnell zurück. Das Gegengift hätten wir ja geklaut. Jetzt müssen wir nur noch zurück. Hoffen wir, dass das klappt. Könnte auf jeden Fall knapp werden. 80 Meter noch und ich hab noch 20 Sekunden Zeit. Das wird ziemlich knapp, das wird ziemlich knapp. Komm schon. Aber ich schaff's. Ah, kein Problem. Na, das mach ich doch gerne. Oh, gut. Dann komm her, schubst mich rum. Ich hab keinen Bock, mich mit dir zu streiten. Was hast du gesagt? Damit hätte ich doch jetzt eigentlich erstmal für diese Art, ich sag mal in Anführungszeichen, in Runde, alles, alle Kortisanen, nee, ich hab noch zwei, zwei Kortisanen-Aufträge. Zu den Diemen müsste ich auch nochmal gehen. Templer-Agenten, Leonardo-Maschinen, oh Gott, ich hab noch so viel zu tun. Was? Oh, da seid ihr eigentlich behindert. Oh mein Gott, denkt ihr hättet eine Chance gegen mich? Ich muss meinen Bruder besuchen. Okay, dann suche ich mal die Leichen. Oh nein. Boom, Junge. Komm her, komm doch her. Ich wollte nur noch den ausrauben, der immerhin hat ja mich auch angegriffen. Da darf ich doch wohl auch hier sagen, okay, ich will jetzt bitte auch das Geld von ihm haben, ja. Das ist doch ein recht gutes Recht von mir, oder nicht? Oder nicht? Stimmt die mir da nicht zu? Gucken wir mal, was hier drin ist. Wolle. Weiß gar nicht, ob ich das brauche. Muss ich auch nochmal checken. Jetzt irgendwann demnächst, wenn ich mal wieder... Isola Tibarini... Tibarina, oder Tibarini? Tibarina, oder? Ich schätze, ihr träumt nur. Die Ministerinnen werden gebeten, die beliebte Ballade über den Hübsenknacken aus Sprecher nicht mehr vorzutragen. Mehrere Pfiste erlitten deshalb schon peinliche, ähm, körperliche Regungen in der Öffentlichkeit. Das wollte ich gar nicht, aber naja. So geht's auch. Nein! Das wollte ich doch gar nicht. Ich laufe hier ein wenig, ein wenig, ein wenig konfus. Das könnt ihr mir glauben, dass das nicht verabsichtigt ist. Ach, hier ist die, okay. Dann, äh, sag mal, was hast du denn zu sagen? Ezio, meine Treue zu eurer Familie brachte mich in eine prekäre Lage. Rodrigo tauscht Gefälligkeiten mit ausländischen Botschaftern aus und er wünscht Informationen, die ihn zu euch führen. Ich werde einen der Botschafter treffen. Er wird Auskünfte verlangen, die ich ihm nicht gebe. Er könnte gewalttätig werden und deshalb möchte ich, dass ihr in der Nähe seid. Näher kommen. Die Botschafter zu seinem Treffen folgen und die Pläne der Borgia aufzudecken. Hm, das Ziel mit der Versteckenklinge eliminieren, das machen wir. Helfen wir dir. Ich war nur kurz beim Bäcker. Werden nicht geduldet. Es wird hart durchgegriffen. Ein Hinweis an alle falschen Söldner und Abenteurer innerhalb der Stadtgrenzen rum. Die Borgia wird die kürzlich begangenen Übergriffe nicht länger dulden. Seid gewarnt. Bis die Lage sich beruhigt hat, werden die Strafen empfindlich verschafft. Hört her! Das Königreich Montenegro wurde von den Türken erobert. Gerüchte über Erdbeeren verbreiten sich aus. Äh, ich soll die verfolgen? Oder wohin geht der denn jetzt? König Ludwig von Frankreich hat feierlich verkündet, dass das Essen in Mailand an französische Standards angepasst wird. Die Vorrede jedoch werden weiterkampfen. Die Vorrede ist die ersten Stunde. Der Schiff ist die ganze Zeitgeist. Die Vorrede hat er dann schon immer wieder. Und deswegen bin ich so langsam der Stimme, das ist eine Art Musik. Die Vorrede hat man schon mal wieder. Vorrede ist das Buchstab. Und sie wird das Buchstab. Die Vorrede ist ein gupp. Danke, dass ich in eure Gruppe darf. Komm, geh weiter, mein Freund, geh weiter. Ein Hinweis an alle spanischen Söldner und Abenteuer innerhalb der Stadtgrenzen rum. Die Gurasia wird die kürzlich begangenen Übergriffe nicht länger durchgebracht. Da macht mir doch eine Eingracht. Bis die Lage sich beruhigt hat, werden die Straßen empfindlich verschafft. Komm, du hast nichts gesehen, geh weiter. Tut doch nicht so, als würdest du irgendwas sehen. Kenn dich doch. Kenn dich doch. Das war falsch. Okay. EZIO! Aiutatemi! Junge, du Spasti. Das macht man nicht. Grazie Ezio, mein Vertrauen war gerechtfertigt. Ja klar doch, das Ziel mit der verschiedenen Klingel eliminieren. Ah, ist doch logisch, einer so schönen Frau, kann man doch nicht sagen, nee, ich rette dich nicht. Das ist doch unmöglich. Das kann man nicht machen, bei so einer Schönheit. Das ist doch ganz genau okay. Das ist doch schön. Bis zum nächsten Mal.